Was geht ab Freunde und herzlich willkommen zu FIFA Streets! Was geht ab Freunde, Finis hier! Und ja, willkommen heute mal wieder hier bei mir zu Hause. Das letzte Mal haben wir das andere FIFA Street gespielt, kann der Stefan ja mal in die Kamera zeigen. Aber heute haben wir das neueste, heute haben wir das neueste FIFA Street vom Neuesten, Alter. Wie auf so einem Bazaar-Einsatz, Alter. Ja Leute, wir zocken auch das erste Mal rein, jetzt hier mein Controller ist nicht mal an. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal ab auf die Straße. Auf die Straßen hier immer wieder. Und es gibt ganz viele andere Modis. Modi, 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 Modi. Wir machen heute auf jeden Fall zwei Spiele. Einmal würde ich sagen Futsal, aber das hatten wir im letzten gar nicht. Das ist in der Halle. Und dann noch die Panna-Regeln, da kriegt der vielleicht dann auch... Mit den Brasilianern, Alter. Ja, fangen wir an mit Futsal, oder? Ja, würde ich auch sagen. Hier gibt's auch viel mehr Teams auch zur Auswahl. Okay, ich denke, ich werde jedenfalls noch irgendwie Premier League und alles drauf. Was weiß ich? Hier gibt's ja alles, ey. Hier gibt's wirklich alle, was nehmen wir? Hier gibt's voll viele, ja. Sollen wir national oder mit Teams? Ich würde einmal sagen, man einmal Mannschaften und einmal, ne? Machen wir einmal einfach hier Barclays. Ja, ich glaube schon. Ja, komm, dann machen wir. Klassico. Hey, Klassico. Barcelona, Real Madrid. Ich bin mal auf die Spieler gespannt. Krass, sogar noch Alexis Sanchez mit dabei. Boah, das ist bestimmt fünf Sterne, ey. Boah, wie Ramos bei dir aussieht. Du hast auch noch Özil dabei, ne? Özil auch noch am Start. Also ich glaube, hier viel muss ich gar nicht verändern. Wahrscheinlich auch nicht. Ein Achterspieler geht klar. Daniel Alves ist nice. Ja, Özil. Chavi, Chavi brauche ich aber nicht, oder? Da frag ich mal. Da müsste eigentlich David wir uns damals richtig gut gewesen sein. David wir. Ja, komm. Also ich bin, glaube ich, ready. Ich bin auch ready. Ich lasse einfach mal so. Ramos, Kaka. Oh, Kaka, Özil. Und Cristiano Ronaldo. Würde ich sagen, let's go! Hier ist bestimmt ein bisschen anders, Alter. Hey, guck mal, ich stehe in Real Life und so. Ah, die Quali ist auf jeden Fall schon mal besser als letztes Mal. Okay, let's go, let's go. Özil, okay. Wow, mein Gott, der geht schon ab, ey. Ui, yo, Alter, Messi. Das sagt hier, Lionel Messi. Ui, ui, ui. Warte. Kann der hier irgendwas noch anderes machen? Der macht mal den... Ui, oh, Messi! Komm! Ey, faul spielen? Foul? Das sind sogar faul. Foul! Okay, wir spielen. Spielen wir nur drei Minuten, oder gibt's Halbzeit? Komm, kommen wir in den ersten rein. Golazo! Was ist denn da los, Digga? Er müsste, glaube ich, auch ein bisschen kombinieren, ne? Ui, 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 da geht der Özil. Wer ist da? Ja, okay, Cristiano Ronaldo, jetzt geht der... Oh, mein Gott! Ho, ho! Scheiße, ey. Komm, Kaka, Digga! Reicht jetzt, Philipp? Oh, der Ball, der ist noch drin. Ronaldo! So, komm, wir bleiben hier mal stehen. Hoppla, hoppla, heißt der Trick. Oh, mein Gott! Komm, Iniesta, zack, geht hier einmal durch. Oh! Foul, oder? Oh, nice von Iniesta, schön gekämpft. Einmal in die Mitte. Jetzt gehen wir noch mal rein. Oh, nice! Komm, komm, komm! Oh! Elfmeter? Oha! Peter! Was? Wie geht das jetzt? Ich hab noch nie Elfmeter hier in FIFA Street gesehen. Ey, wie geht das, Mann? Komm, einfach rein, Baller! Goal! 2-0! Messi rasiert! Was machst du, Liv? Ja, was ist das, ey? Dicke! Auf jeden Fall machen die die mit der 1, nehmen die den Ball immer hoch. Boah, der war nice. Komm, Iniesta! Uh! 3-0! Blitzkau, Philipp! Wollen wir einfach mal ein bisschen hier drehen. Hopp, hopp! Was macht der da immer, der Liv? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich bin einfach nur den Stick hier am drehen. Ich glaub, das ist schon so ein bisschen mit Übersteiger und so. Das machen die schon. Man kann wie ein FIFA eigentlich mit dem Glitz und Klicks noch ein bisschen. Schöner Pass auf jeden Fall. Und der war auch nice. So, gleicher wieder. Zack, also den macht er auf jeden Fall wie ein FIFA. Oh, jetzt steht schon 4-0, Philipp! Ey, Dicke! Was ist hier los, Mann? Ich hab mich vorhin schon mal eingespielt, bevor der Stefan geklappt. Ja, ich auch nicht. Die Frage ist, sollen wir das auf YouTube oder auf YouTube hochladen? Haha, du klein. Guck mal hier, zack. Oh! Nice! Durch die Beine! Wollee! Komm, Ramos! Ramos! Nice gemacht, Philipp! Und Kaka! Ey, Dicke! Ich schieße einfach kein Tor, das ist nicht mehr normal. Nice, Kaka Messi zack mit dem Roulette. Oh, ey! Der zweite Schock! Ja, Leute, das erste Spiel endet mit einem 4-0. Das war wirklich die erste Runde von uns. Wir haben uns vorher nicht eingespielt oder so, Alter. Nicht im Club rasiert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in dieses Panna-Game. Ja, mal gucken, wie das jetzt geht. Vielleicht gibt es da ein paar Roulette. Let's go! Wow, das sind nur zwei Spieler, oder was? Zwei Spieler? Wow, was, Dicke? Was? Rovinio, Alter! Rovinio, Mann! Rovinio? Damals noch bei AC Milan. Boah, Neymar hier schon dabei gewesen kann. Also Neymar spielt bei mir auf jeden Fall. Und ich glaube, Rovinio bei mir auch, oder? Bei mir? Boah, wir spielen ja bei mir. Pato noch dabei, damals. Dieses Tor gegen Barcelona. Boah, Jürgen, wie das alles! So Leute, let's go! Okay, jetzt geht's los, Alter! Ich bin mal gespannt, Philipp läuft direkt mal in die falsche Richtung. Ey! Also, wie viel gibt es hier Zeit? Ja, ne? Zwei Minuten? Ja. Da hab ich auch schon einen. Wow, der war gepannaert! Der war gepannaert! Ey, was für ein komischer Panna! Ey, ey! Was für ein Tor! Ey, der ist doch auch wild, ey! Und dann, ey! Also, wenn ich ein Tor mache, ist dein Panna weg. Okay, jetzt hast du mich ausgetriegt. Zwei zu eins bei der Bank, ne? Ja, und ich müsste jetzt ein Tor machen, wie das ist. Ach, und so viele Punkte gibt es dann im Endeffekt. Okay, alles klar, jetzt verstehe ich das, aber du machst kein Tor. Ach, nein, nein, nein. Digga, Digga, halt. Nein, nein, Goal! Also, 1 zu 0, Rimerie! Aber ich glaube, jetzt steht es ja nicht 1 zu 0, sondern 2 oder so, ne? Ja, ich steht 2, 0. Ne, 1 zu 0. Ne, 1 zu 0. Also, 3 zu 0 steht. Ein Tor! Oha, du kriegst dann alle Punkte, oder was? Dann habt ihr eure erste Kopf gemacht. Ich bedacht, du hast hier was drauf gemacht. Boah! Der wollte mir grad einen Fanger geben. Nice! Von Robinho. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ey, wieso geht der aus dem Tor? Auf jeden Fall habe ich 3 Punkte. Ich muss jetzt ein Tor machen. 4 sogar. 4? Ey, du darfst kein Tor machen, Philipp! Mach ihn rein, Digga! Ey! Zack! Hier einmal vorbeigegangen. Dann nochmal. Ich versuche die ganze Zeit diese Tricks von FIFA zu machen, aber ich komme irgendwie nicht so ganz vorbei. Boah, der war nice. Komm, mach ihn rein, mach ich rein! Ohhhh! Wo schickst der hin? Mach ihn, mach ihn! Nein! Ey! Too sweaty Bob, man! Too sweaty Bob! Kriegst du jetzt alle Punkte? Nein, du kriegst null. Nice, Philipp! Null Punkte! Ja, komm jetzt! Boah! Was war das denn? In der Luft fliegt der auf die Fresse. Okay, nice. Komm, jetzt noch mal rein. Ui, yo, der macht Kopf. Boah, der war nice. Komm, jetzt nochmal vorbei! Zwei! Ohhhh! Nein! Komm, komm, komm! Ey, nehm mal, Alter! Ey, die letzte Kinder hat fünf Sterne Behinderung. Zack, zack, zack. Komm, jetzt einmal vorbei. Wow! Zack, nochmal. Ohhhh! Der war krank. Aber das gibt keine Punkte irgendwie. Boah, der war nice. Jetzt aber. Ah, knapp. Ich habe auf jeden Fall zwei Punkte. Ich muss jetzt unbedingt ein Tor machen. Wenn der Philipp jetzt ein Tor macht, dann war es das. Alles klar, der war nice. Das waren sogar plus zwei. Ja, komm! Ja, ja! Goal, Alter! Ja, jetzt wird es nochmal spannend, Alter! Komm, Philipp! Boah, nice! Ey! Komm, Digga! Zack! Vorbei! Komm, mach ihn! Nein, nein, Digga! Sie haben einen Punkt! Ich muss auf jeden Fall jetzt ein Tor machen. Nein, Philipp! Nein, 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 nein! Ey, wie spannend das! So macht das richtig Plan! Ui, das Tor ist frei! Das Tor ist frei! Nein! Nein! Nein, Digga! Ey! Er geht vorbei! Ich habe zwei Punkte! Ja! Haha! Igual, lass doch! Geht doch! Nein, das sind nur 30 Sekunden! Jetzt wird es spannend, Leute! Oha, ich habe jetzt sieben Punkte! Das heißt, du brauchst drei Punkte für den Ausgleich! Das wird echt schwierig! Jetzt wird es zu schwer! Komm, ich mache dir noch einen rein! Zack! Ey, Stefan, hör doch auf, Alter! Sweating off! Ey, Panda plus drei! Du hast einen Panda mir gegeben! Labern dich! Panda ist plus drei, Digga! Oh, shit! Guck mal, wie ist das? Ich habe sechs Punkte! Oh mein Gott! Ey! Sechs Punkte nochmal zum Abschluss! Ey, das hat richtig Bock gemacht! Boah, der Panda hat richtig Bock gemacht! Ja, Leute! Das war jetzt auf jeden Fall, glaube ich, das Neueste! Das Neueste wie ich fest! Also, wir sollen mal Neues rausbringen, Alter! Ja, wenn mal geil für Xbox One oder PlayStation 4, Alter! Das macht mega Bock auf, wenn wir hier Spanne, Alter! Ja, wenn wir hier so einen Rechenstick so machen! Ohne Sinn einfach! Ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock auf ein weiteres, weil ich glaube, es gibt ja noch andere, ne? Es gibt noch andere! Oder ob wir das nochmal zocken sollen oder so! Ja, Leute! Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da schaffen wir die 15.000 Likes! Auf jeden Fall, Alter! Für eine neue Folge vielleicht! Und ja, schaut auf jeden Fall beim Philipp vorbei! Was geht ab, mein Lieben, Freunde? Ja, ich wollte gerade... Die ganze... Okay, macht's gut! Haut rein und... Ciao! Was geht ab, mein Lieben, Freunde? Neue Union! Herzlich Willkommen zum ersten Food Champions Backslips! Ja, mein Lieben, Freunde! Wir zocken heute natürlich mal wieder auf der Xbox One! Jedes Mal Xbox! Was soll die Scheiße? Fick dich!